Liebe Karolinerinnen und Karoliner, die dritte Kurzwoche in Folge geht zu Ende. Ein Rhythmus, wo man mit muss, aber in diesem Fall macht man das natürlich gerne. Nichtsdestotrotz sind solche Kurzwochen anstrengend und herausfordernd, das habt ihr gemerkt. Wir wollen dich ein bisschen motivieren, man kann sagen, für den Rest des Schuljahres. Wenn ihr genau schaut, wir sind jetzt hier am 10. Juni und dann dauert es schon gar nicht mehr lange. Am 24. Juni bekommen unsere Abiturientinnen und Abiturienten ihre Zeugnisse. Wir haben heute schon mal die Schönwettervariante angeschaut, haben die Stühle gestellt, haben geguckt, wie es werden kann. Und dann dauert es gar nicht mehr lange und alle bekommen am 1. Juli ihre Zeugnisse und gehen in die Ferien. Also wir hoffen, das ist Motivation genug. Und in diesen Wochen wird natürlich jetzt noch in der nächsten Woche Prüfungssituation sein, im mündlichen Bereich für die Abiturientinnen und Abiturienten, dann das Betriebspraktikum übernächste Woche für die 10. Klassen. Ihr wisst das, dann noch Studienfahrten, 11. Klassen, aber auch Sozialpraktikum und viele, viele andere Dinge. Aber das schaffen wir jetzt gemeinsam. BO in dieser Woche, ein Thema wie immer hier auch unter der Verantwortung von Herrn Benzin. Und wir hatten Besuch, Sarah und Susanne waren bei uns, zwei ehemalige Absolventinnen hier im Zusammenarbeit mit der Hochschule Neubrandenburg und der AWO. Also nochmal vielen Dank. Es ging um soziale Arbeit, um Teambildende Aktivitäten. Und das ist das Stichwort. Wir haben darüber berichtet. Wir werden jetzt nächsten Mittwoch am 15. Juni unser Konzert haben mit dem Chor und der Instrumentalgruppe vom Gymnasium Caroninum. Wir haben es unter das Motto gestellt, geben wir der Hoffnung eine Chance, gib dem Frieden eine Chance. 19 Uhr ist Start, 18 Uhr ist Einlass und der Chor ist beim Proben. Alle freuen sich drauf. Also insofern, das Wetter wird gut. Dieses Konzert, wie gesagt, wird auch ein buntes Buffet haben mit Gerichten aus zwölf Nationen. Die gesamte Schulgemeinschaft ist eingeladen. Natürlich alle, die uns mit Spenden unterstützt haben. Wir können in diesem Jahr auch keine Konzerte in Leus und Usurin beginnen aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten. Ihr wisst es, was in diesem Jahr alles los war. Aber auch hier sind alle eingeladen. Also kommt am 15. Juni, die ihr euch unter diesem Motto wiederfinden könnt, zum Konzert. Ihr seid alle sehr, sehr gerne gesehen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt allen ein schönes Wochenende. Seid gegrüßt und bleibt gesund.